Ups, ja ich wollte gerade sagen, ja dann gehen wir erstmal zu dem Pokémon Center und danach regle ich das da hinten. Die Männer auf der Straße, yeah. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme deine Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Danke, 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 gut. Äh, laufen wir die ewig langen Straße lang. Äh, hier hinten kam man ja nicht weiter, wenn ich mich da richtig erinnere. Hier ist natürlich ein Strand, aber mir auch nicht, leider. Also später kann man ja nur hier, oh, ein Item. Oh, super Trank, cool. Das ist tatsächlich praktisch, weil später kann man ja noch langsurfen, dann ist da noch was, aber erstmal nicht. Na gut, na gut, na gut. Dann gehen wir wieder zurück. Elegant darüber gehopst. So. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburgwald geholfen hat. Hilf mir, Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Ja, okay, dann helfen wir dir eben wieder mal, wenn du nicht auf deine Sachen aufpassen kannst. Cool. Okay, soll ich denn die Aufnahme stoppen oder nicht? Ich habe aber noch unbedingt, ich habe eigentlich voll Lust, jetzt noch weiterzumachen. Na gut, ich brauche ja sowieso noch so ein VM-Sklaven-Pokémon. Nein, ich werde mir keine Pfiffchen-Sklaven-Pokémon holen. Für die Zerschneider eben, es wird ja nicht Kolonia damit belasten. Das muss ja echt nicht sein. Bitte. Schutz. Das ist praktisch. Momentan brauchen wir es nicht, weil ich ein Pokémon haben will, aber generell ist es an sich immer praktisch. Ein Flommel. Flommel, Flommel, Flommel. Flommel, Flommel, Flommel. Nee, okay. Ist jetzt leider auch nicht eingeplant, tut mir leid. Boah, das andere Pokémon, was auf dieser Route ist. Ich glaube, es ist insgesamt ein Päschen. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja, meine Pokémon sind die Kings. bezeugt die selbst hier von krass und so von krass kings und so hier siehst du ich hab mal schon hier jetzt ist das größte pokémon der war ja ist also das ging das ging auf die frist oder ist okay das wieder ein pokémon dem ein bisschen problem hat später wenn man ein kolonier hat also nur ein reptilian hat aber ich wollte mir sagen also wirklich wenn es dann auch so ein mach oder das ist also mit dem reptilian kommt man da eigentlich nicht weit aber noch es ist sehr klein aber mein kratzer ich brauche dringend ein verband ja dass das mit der richtigen also ich muss heute halt mich zurückgehalten so ich habe noch dieses pokémon bekommen ich meine also hundertprozentig dass er gehabt das hat also ich habe das ja auch natürlich schon sehr oft gespielt auf damals auf den advanced menschen das war noch zeit war die welt noch noch da war es hundertprozentig gab es das da schon warum hundertprozentig über mega hundertprozentig das habe ich noch noch absolut nie gemacht also so eine entwicklung gestoppt könnt ihr ja mal sagen ob ihr schon ich lerne in der schule und auf dem heimweg lerne ich auch entwicklung gestoppt habt dann schreibt mir das einfach mal in die kommentare würde mich mal interessieren weil ich fand immer also wenn ich die trainiert habe wollte ja irgendwie mal das bessere pokémon dann haben immer also ich bin auch nicht so einer der dann sagt oh nein ich muss jetzt noch die attacken lernen vor sich entwickelt gibt es ja auch natürlich die attacken viele schneller entwickelt werden aber ich finde das schon cooler und wenn man dann so ein stärkeres pokémon irgendwie hat aber gut und deshalb kann sich nicht bewegt ich hoffe es reicht noch für den letzten schlag komm 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 jetzt ist irgendwie ich bin geschockt ich habe ich bin verloren gut ich würde sagen ein pokémon gucke ich da noch und ansonsten hundertprozentig gab es ja das noch oder bin ich jetzt vollkommen irgendwie so weg wirklich dass es gab es jedoch das hast du getan ich kann es noch ein noch mal zu kämpfen also ich werde natürlich nachher noch mal in aller ruhe alle durch kämpfen aber erst mal nicht aber es scheint es hier tatsächlich nicht zu geben oder es ist extrem selten an was ich mich aber auch nicht erinnere ehrlich gesagt also wenn ich mich erinnere kam es jedes zweite mal oder so komisch komisch naja das führte hier zu nichts dann würde ich einfach mal sagen bekämpft das jetzt noch vielleicht habe ich glück und ich komme auf level 18 dadurch dass wir noch eine schöne tat für das ende der folge ja ruckzuck gibt es ja sowieso am stärksten jetzt einmal reicht es reicht es reicht es was reicht es reicht es jo genau sehr cool dann würde ich mal sagen sehen wir uns dann in der nächsten folge wieder wenn ich mir dann diese gesamte trainerschaft hier vorne auch die hier oben sind wenn ich denn mal das pokémon gefangen habe was ich anfangen wollte wenn es denn mal aufgetaucht ist und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es wieder heißt let's play pokémon smaragd mit eurer synchro bis denne hallo und herzlich willkommen zurück ja hast du gedacht die folge wäre schon zu ende war aber gar nicht so ha reingelegt ist gar nicht gemerkt dass die folge doppelt so lang war ha ne ich habe ein wenig probleme gehabt weil ich ein wenig äh tatsächlich mich verspekuliert habe mit der länge der aufnahme das hat dann doch alles nicht so ganz gepasst wie ich es mir gedacht habe aber gut ich habe wie immer keine ahnung was ich in der letzten aufnahme beziehungsweise noch in dieser aufnahme gemacht habe das entwickelt sich immer weiter am ende weiß ich nicht mehr was ich die letzte minute gemacht habe ich gehe jetzt einfach mal die trainer durch ich weiß noch dass ich ein pokémon gesucht habe weil ich aber die ganze folge nicht gefunden habe deshalb glaube ich dass ich das einfach mal irgendwie keine ahnung speed mäßig machen werde also so beschleunigen werde keine ahnung habt ihr gesehen wie auch immer ähm welchen trainer hatten wir denn schon ich gehe jetzt einfach mal alle trainern ruhelang durch weil ich brauche noch ein paar Sprecher und alles und ja ganz viele trainer und hier hinten auch überall sind nur von trainern umzingelt da würde ich mal sagen legen wir mal los hier wie gesagt ich mach versuch es einfach bei jedem yes meine käfer pokémon sind stark lass uns kämpfen ja da ist eine begründung um zu kämpfen yes ok das war eigentlich wirklich eine begründung aber es ist irgendwie die meine pokémon sind stark ich bekämpfe nicht weil irgendwie so keine verbindung da aber gut also keine direkte verbindung im satz und so deutsch unterricht kennt sie vielleicht noch oder auch nicht ok und boah das ist schon richtig stark krass oh nein das ist sehr effektiv aber ist hier trotzdem nichts gut schwein gehabt na 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 klar na 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 immer vergiftet ich weiß nicht es ist bei euch auch so wenn ihr mal gespielt habt dass immer ihr vom Gefühl her wenn es bei euch angewendet wird zu mindestens 80% vergiftet aber wenn ihr es selbst anwendet zu 10% oder so das Gefühl habe ich immer gehabt yes das pokémon besiegt ich weiß nicht ob es bei euch auch so war könnt ihr ja mal schreiben wenn ihr Lust habt na das ist langsam so stark dass es echt nichts mehr bringt das das pokémon wollte ich eben die ganze Zeit haben ich dachte das gibt es hier Mensch das ist unfair ich bin mir sogar ziemlich sicher dass ich hier das früher immer gefangen habe aber ich finde es einfach nicht mehr ich weiß nicht wieso aber es ist so naja das sollte aber jetzt an sich trotzdem leicht zu besiegen sein nur ich brauche halt irgendjemand den ich zerschneider beibringen kann da will ich jetzt mein kolonier nicht für missbrauchen weil das wäre echt zu cool dafür okay langsam sollte ich es vielleicht doch mal eventuell heilen vor allem weil es mein einziges pokémon ist das ist wirklich mein einziges pokémon ich habe ja nicht nur noch so ein vm-slaven-ding pokémon und gar nichts aber gut wie gesagt ich kommen alle noch dazu keine Sorge so lange dauert das nicht mehr ich habe nicht vor alles mit allen pokémon zu machen ich glaube es wäre ein wenig schwierig so haben wir auch direkt die Vergiftung geheilt pfff stärkt sich mit her hertender hertender gut was ja ja genau ich wollte nochmal auf den Beutel gehen ganz klar nein ich wollte jetzt irgendwas kreatives einsetzen ich glaube ich bleibe lieber doch dabei das führt glaube ich eher noch zu was oder auch nicht na gut naja ein paar schlägen das ist auch ko wie pokémon hat der eigentlich noch gehabt habe ich voll nicht drauf geachtet was ist dein letztes ja ich habe verloren ich dachte ich könnte dich am kragen packen ja hast du gedacht ne haha aber da bin ich einfach zu gut für hoho hi hi haha hoho ich glaube gegen den Typen hat er schon gekämpft da nehme ich mich noch der hatte einen Macholo glaube ich was wir auch völlig besiegt haben wie eigentlich alle pokémon in letzter Zeit und das obwohl wir eins haben aber ok natürlich sind die Träne jetzt alle irgendwie nicht so geil stark und wir sind jetzt schon wenig überlevelt zumindest mit unserem einen aber gut aber gut ich überlege gerade kriege ich das jetzt schon hier das pokémon na gut ich werde es ja gleich sehen habe ich die ich meine die habe ich schon bekämpft oder ja also werde ich nie so ein eleganter Träner wie Felicia ja habe ich schon gut ähm okay dann sollte ich einfach mal durchgehen sonst ist hier leider nichts oh ein Doppelkampf den wir nicht führen können das heißt ich muss nur darauf warten dass die beide gleichzeitig hingucken weil dann können die keinen Doppelkampf mit dir anfangen oder macht dann ja ich glaube bei denen war das so dass nur immer einer von denen Kampf egal also auch wenn die gleichzeitig gesehen haben trotzdem keinen Doppelkampf gemacht glaube ich glaube ich mach zuerst den Wanderer der sieht lustig aus Wanderer wenn es keinen Tunnel gibt dann klittere ich eben über dem Berg ja ganz klar was auch sonst also es gibt keinen Tunnel ach ja jetzt erinnere ich mich langsam wieder in die Story mit dem Tunnel aber falls ihr das Spiel nicht gespielt habt will ich die euch nicht vorenthalten die kommt ja gleich noch oder kommt die gleich noch ja na gut richtig erzählt wird ihnen erst später die unglaubliche Story vom eingestürzten Tunnel ja so eine richtige Story ist natürlich nicht aber für Pokémon Verhältnisse auf jeden Fall schon mal was ja so ist das ah das gibt ja doch schon ordentlich was oh oh Verlierung erschöpft mich ach ja das Let's Play ist schon anstrengend Mensch Mensch dann kommen wir jetzt nächstes jetzt der ich warte nur noch bis der sich umdreht yes wir werden dich hart ran nehmen äh soll ich jetzt Angst haben oder was also das ist das macht mich das 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 voll ruhig was du gesagt hast das kann man auch anders verstehen na gut ich glaube so war das jetzt nicht gemeint ich glaube die meisten verstehen worauf ich nach es wäre gut egal ähm ist ja auch letztendlich Schnurz guck mal ich hab grad mal aha das zieht ja sogar noch mehr also auch wenn es jetzt eigentlich eine ziemlich schlechte Attacke ist aber dadurch dass es speziell ist wenn es schon speziell ist das weiß ich nicht äh solltet ihr auch theoretisch dann mehr ziehen weil Kleinstein eine schlechte spezielle Verteidigung hat und nur so ein Verteidigungsprogramm ist Kleinstein wollte ich übrigens auch schon immer mal trainieren aber ich hatte halt nie also früher hatten wir auch halt nie so also ich hätte da gab es schon ein paar Freunde mit denen ich das hätte tauschen können aber es wäre immer so nervig gewesen dann irgendwie wenn man wieder angefangen hat dann zu spielen dann das mit denen unbedingt tauschen zu müssen und so also hatten wir da glaube ich auch kein Eieieieiei das war aber kein 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 Ding Kabel oder was auch immer man da nee war es bei der Edition schon so dass man dieses drahtlose Ding hatte? ich weiß es nicht mehr ich glaube schon oh no dies hier ist eine Sackgasse ich langweile mich zu Tode los wir kämpfen ich kann auch ja auch nicht einfach zurückgehen nein ich muss jetzt mein Leben lang in dieser Sackgasse stehen bleiben so ist es gut wenn du eben ewig in dieser Sackgasse rumstehen willst dann aus dem Wander links noch zehntausende Trainer mit denen du dich hättest beschäftigen können ich stand da nämlich auch schon die ganze Zeit aber gut oh jetzt sind wir wieder in einer kniffligen Situation ich versuche es mal mit Verfolgung oh das zieht sogar nochmal gut ha gut dass wir Verfolgung erlernt haben ach ja paralysiere mich eben wieder wenn du es nicht besser kannst boah und danach haut es auch noch einen Deckel raus jetzt wird es gefährlich ach ja gut wofür habe ich denn auch die Paraheile mitgenommen dann nehme ich doch einfach mal einen davon dann läuft das so und ja ich dachte schon jetzt kommt direkt wieder wie normalerweise immer wenn man dann so heilt ja jetzt verparalysiert dich nochmal und nochmal und nochmal aber da habe ich ja jetzt noch ein Schwein gehabt weil das ist einfach immer so nervig das ist echt nicht schön yay 11.19 ah ich dachte schon das wäre es gewesen mit dem einen Pokémon ich wollte jetzt schon Platz machen damit ich wieder niemanden reinquatsche aber gut aber gut dann kommt noch ein Lotorze das habe ich auch mal trainiert das weiß ich noch das hat am Ende zwar also es hat einen coolen Typ aber hat einfach unglaublich schlechte Attacken bis zum Ende das ist unglaublich wirklich damit kann man nichts anfangen zumindest in dieser Generation das hat Spaß gemacht auch wenn ich verloren habe ja das ist doch schön win-win Situation ich kriege dein Geld und du hast Spaß ist doch toll äh Berg-Rasthaus stand da glaube ich ich habe es so schnell weggedrückt gut das ist der Typ der dem die Story erzählt wird über den Berg äh da kann ich ja erst wenn ich einen Pokémon habe bis der Schneider hat äh das könnte ich mir theoretisch so machen aber will ich nicht nein das will ich nicht holen wir jetzt erstmal das Item hier x-spezial ich habe ja diese x-Teile nie eingesetzt also wirklich nie oh ihr könnt wenn ich fragen mich ich mache bestimmt mal Geheimbasis in diesem Let's Play oder wollt ihr das wollt ihr dass ich eine Geheimbasis baue in diesem Let's Play schreibt es in die Kommentare okay es war jetzt schon zwei Kommentare schreibt Aufrufe das heißt jeder von euch muss jetzt schon zwei Kommentare geschrieben haben sonst darfst du dieses Video nicht weitergucken auch wenn du kein YouTube hast also kein YouTube Account YouTube hat man ja immer im Internet okay ich labere wie immer zu viel so da kommt auch schon eine wichtige Person so was mache ich nur Pekko und ich waren auf einem Spaziergang und dann kam so ein Schlägertyp der Schurke hat mir meine Lieblings Pekko geklaut Pekko Pekko ja ich wollte es noch schön in die Länge ziehen und hier schön hier voll die Show um dich machen aber nein du fällst mir einfach ins Wort okay dann eben nicht wenn du nicht willst Metaflur Tunnel ich glaube hier war ein Item dann war hier oben ein Item irgendwo war hier ein Item das weiß ich so da war es yes ein Pokémon wenn wir Pokémon fangen können wir die irgendwann mal gebrauchen so da ist auch unser Erzrivale was? du willst gegen uns antreten? na dann hol dir eine Tracht Prügel denkst du jetzt wenn du wegläufst dass das irgendwie besser wirkt oder so? nein, tut es nicht so grrrr, man sollte sie alle Kiel holen das als Geisel genommene Pokémon hat sich als völlig wertlos erwiesen und dafür habe ich nun einen Fluchtweg in diesem Tunnel nach nirgendwo gegraben hey du forderst du mich etwa heraus? ja das könnte man so sehen und wieso hängst du hier die ganze Zeit rum machst einen Tunnel wo es 10 Wege von diesem Ort weg geht aber eher und er hat das gesetzt das geklaute Wingo ein, nein tut er nicht das wäre auch fies irgendwie nein er hat wieder ein Pfiffchen dann kann ich mal mit Kugelsaat versuchen vielleicht zieht das ja die zwei mehr mal gucken mal gucken, mal gucken ja das reicht sollte an sich reichen um es direkt K.O. zu hauen so das ging schnell mit einem Schlag K.O. cool, gefällt mir mag jay da bin ich sie und so läuft eine vielversprechende kriminelle Karriere in eine Sackgasse naja also wenn du nicht so ein kleines Kind wie mich besiegen kannst ist das keine vielversprechende Gangster Karriere mein Freund so wird das nix das ist einfach nicht fair der Boss hat doch gesagt der Job sei ein wahres Kinderspiel ja das sagen sie immer alles was ich zu tun hatte war ein Paket von Devon zu stehlen tseh wenn du es so dringend wieder haben willst dann nimm es halt yay Devon Mioni Beko bin ich froh dass du unversehrt wieder bei mir bist Beko verdankt dir ihr Leben man nennt mich Mr. Black und du bist Appᴲ⁷没有 América 으면äßig